Hallo liebe Spielaffen, herzlich willkommen zu unserem brandneuen Spieltipp Roboterlogik. Bei diesem Titel handelt es sich um einen originellen und kniffligen Physikpuzzler. Eure Aufgabe ist es, pro Level einen oder zwei Roboter von einem Startpunkt zu einem Endpunkt zu geleiten. Das hört sich natürlich einfacher an, als es ist, denn auf dem Weg warten fiese Fallen, Löcher und schießwütige Gegner. Ihr kontrolliert das Spiel komplett mit der Maus. Per Mausklick könnt ihr nun Steine oder Boxen verschwinden lassen oder mit einer Mausbewegung Seile durchtrennen. So könnt ihr Kisten wegfliegen lassen oder Kugeln an andere Orte rollen lassen. Mit einem weiteren Mausklick direkt auf einen Roboter setzt dieser sich in Bewegung. Ein weiterer Mausklick lässt diesen auch wieder anhalten. Das Tolle an Roboterlogik ist, dass es direkt richtig zur Sache geht. Schon in den ersten Leveln muss man sein Köpfchen bemühen und überlegen, in welcher Reihenfolge man nun vorgeht. Schneide ich nun zuerst die Seile durch, lasse ich zuerst die Kugeln rollen oder muss ich doch erst mit dem Roboter ein Stück laufen? In späteren Leveln müsst ihr es zudem mit schießenden Feinden aufnehmen. In einem Level müsst ihr so beispielsweise dem Robotergegner eine Box in den Weg stellen, sodass die Geschosse zurück auf ihn geworfen werden. In anderen Leveln müsst ihr Bomben nutzen, um Schalter zu aktivieren oder Wände umzuschmeißen. Besonders herausfordernd wird es auch, wenn die Roboter sich gegenseitig unterstützen müssen. So kann es sein, dass ihr mit dem einen Roboter erst einen Schalter aktivieren müsst, damit der andere Roboter freie Fahrt erhält. In vielen Leveln ist vor allem auch Timing gefragt. Je schneller ihr eure Roboter ins Ziel bringt, desto mehr Punkte erhaltet ihr und desto besser fällt eure Levelbewertung aus. Das Gute ist, ihr könnt die Level so oft wiederholen und probieren, wie ihr möchtet. Roboterlogik ist ein wirklich cleverer Logik-Spaß. Das Spiel kopiert nicht einfach nur andere Titel, sondern bietet wirklich intelligente Rätsel und Fallen mit zahlreichen Aktionen, die ihr kombinieren müsst. Probiert den Titel doch mal aus. Wir wünschen euch viel Spaß beim Spielen und verabschieden uns bis zum nächsten Spieltipp.